Mit ihren Kindern Tom-Henrik, Marc-Jerome und Jacqueline. Ihren Vater kennen die drei Kinder nicht. Die zwei Feder sind von drei unterschiedlichen Kindern. Drei... Scheiße. Jacqueline, leg die Banane weg! Wir hatten Currywurst zu Mittag ausgemacht! Cheyenne Ashley Tiffany hat ihre Gründe, warum sie bei Mitten im Leben mitmacht. Ich mach bei Mitten im Leben mit, weil ich von den Fernsehmachern dann 100 Euro kriege. Und davon kaufe ich mir einen neuen DVD-Player. Tom-Henrik, nimm die Maul weg von dir Oma, sein Bier! Scheiß Kind! Die 19-jährige Mutter bekommt am Wochenende Unterstützung von Oma Gertrud. Marc-Jerome, tu auch mal dir Oma winken! Am Wochenende tut meine Mutter mich unterstützen. Also die Oma von den Vätern. Die mit den Kindern, die ihre Oma, die von der Mutter, die... Scheiße, ich kriege... Jacqueline, du Arsch! N-nicht das Katzenfutter fressen! Ja... Ja, da wollen wir auch noch was von haben! Du sollst nicht immer so etodistisch sein! Am Ende des Tages verabschiedet sich Cheyenne Ashley Tiffany von uns. Na...